Hallo, über die Weihnachtsfeiertage habe ich mir gedacht, dass ich mir auch ein Weihnachtsgeschenk mache und habe mir so alle Teile bestellt, die ich brauche, um eine Nixi-Uhr zu bauen. Also eine Uhr, wo jede Zahl in so einer Röhre drin ist und leuchtet. Und ich will dieses Video hier als Aufbautagebuch machen, aber ich habe schon wieder gemerkt, ich habe hier schon wieder ein Chip programmiert, der als Uhr fungiert und die ganzen Programme gemacht, weil ich halt einfach, ich zeige ungern irgendwas Unfertiges, dass ich halt mittendrin im Video oder im Tutorial, ja, das ist ja ein Aufbauvideo, drin sagen muss, ja, das war falsch und ich muss das jetzt so machen. Aber ja, ich würde den Weg dokumentieren und deswegen fange ich das Video hier jetzt einfach mal an. So, was ist also geplant? Im Grunde, wie gesagt, eine Nixi-Uhr aufbauen. Hier habe ich schon mal fünf Röhren drauf gemacht, also es sollen am Ende sechs werden. Die eine habe ich noch hier, weil ich das zeigen möchte, wie ich die drauf gemacht habe. Ja, wie gesagt, Stunden, Minuten und die anderen zwei Sekunden, also die andere muss noch notiert werden. Und ja, das Aussehen soll es halt so sein, dass das wirklich auf dem PCB drauf ist. Deswegen so viel Dip, Chips und so weiter, wo ich haben kann, halt nichts S&D und so weiter. Ich würde es halt sozusagen, ja, man könnte fast sagen im Steampunk halten, aber ich möchte halt, ja, das so, ja, im 80er-Jahre-Look oder was das halt einfach ist, halten einfach, wo alles sozusagen mit Dip-Komponenten zusammengebaut ist und darauf gesteckt, dass man alle Sachen sozusagen sieht. Ja, wie gesagt, das sind die Zahlenanzeigen. Gedacht habe ich es mit der Uhr dann so, wie gesagt, ich habe hier einen Chip, der ist mit einem Quarz-Oszillator verbunden, also sozusagen, der bekommt seinen Takt externen und halt nicht von irgendeinem Quarz, sondern von dem Quarz-Oszillator, was halt das genaueste Quarz sein soll, was da ist. Aber ich habe den jetzt schon seit ungefähr 20 Stunden laufen und der ist jetzt um 10 Sekunden falsch gelaufen. Aber irgendwie hat der mal einen Sprung gemacht in 10 Sekunden, also während ich geschlafen habe. Ich weiß nicht, an was es genau gelegen hat. Vielleicht, ja, ich habe jetzt dann nachher einen Entstörungsfondensator nochmal übers Quarz gelegt, also nicht bloß beim Mikrochip, sondern auch übers Quarz, um halt einfach, ja, das zu machen. Und wie gesagt, ein Chip, der halt dafür da ist, die Zeit zu zählen und so weiter und halt, ja, sozusagen die Anzeigen weiterzugeben. Ich habe dann auch gedacht, dass ich hier eine RTC reinbaue, aber ich muss sagen, das hier ist, ich weiß jetzt echt nicht mehr, was das für ein Chip ist, aber das ist ein ziemlich schlechter RTC, den ich da gekauft habe. Der hat ja auch bloß 2 Euro gekostet, aber der hat keine richtige Kommunikation. Also das ist kein Speed, das ist kein I2C, das ist keine Serienkommunikation, und das ist irgendwas Spezielles und das packt überall rum mit jeder Library, die ich finde. Also, ja, so perfekt ist das nicht. Aber ich habe jetzt schon mal einen anderen Chip bestellt und dann schaue ich, dass ich halt doch noch eine RTC reinbekomme, dass wenn halt mal der Strom von dem Teil fehlt oder so, dass dann, ja, die Uhr noch weiterläuft und halt, ja, einen genauen Uhrchip, weil, wie gesagt, der läuft jetzt von 20 Stunden 10 Sekunden falsch. Entweder, ja, irgendwas muss da drin falsch gelaufen sein, das muss ich halt noch herausfinden. Ansonsten würde ich noch ein DCF-Modul mit einbauen, dass diesen DCF-77-Sender oder was das auch immer ist, halt eine Funkuhr mit einbauen, dass ich sozusagen das Ding, auch wenn die RTC kein, also wenn die Wilken Time Clock keine Zeit hat, dass das Ding trotzdem dann irgendwo die Zeit aufnehmen kann. GPS würde ich jetzt eigentlich nicht gehen, man kann ja auch die Zeit per GPS anfangen oder, naja, entscheidet sich. Aber die Uhr soll genau sein und ich will so wenig damit zu tun haben, wie möglich. Das ist sozusagen der Sinn. Ja, was, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, und da weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob ich jetzt einen Chip dann mache für die Anstörung der Nixis und dann einen Chip, der alle Zeitkomponenten, das heißt die RTC, die eigentliche Zeit, die Zeit vom DCF-Modul und so weiter, alle zusammenfasst und dann bloß an den Chip weitergibt oder ob ich das bloß mit einem Chip mache oder, das muss ich noch alles entscheiden, aber ich hätte kein Problem mehr mit zwei Chips reinzumachen. Dann mache ich halt einen Arduino, fahre ich dann selber auf dem Breadboard nach, äh, nicht auf dem Breadboard, auf dem PCB einfach nach und ja, dann habe ich sozusagen einen Arduino mit ganzen Libraries, die halt schon da sind, weil es einfach ist und dann den eigentlichen Chip, der halt, ja, den ich dann mit BASCOM programmieren oder so, der dann die ganze Störung der Nixis übernimmt. Die Störung der Nixis kann noch einfacher werden, weil das Problem von diesem Nixis ist, das, ähm, hier sieht man, der hat sozusagen ein Pluspol und für jede Zahl ein Minuspol und nochmal für einen Punkt ein Minuspol, weil die Zahlen haben gleichzeitig noch einen Punkt mit unten dran und, ähm, ja, das sind halt dann wirklich 11, 11, äh, Pins, die ich brauche, bloß um einen Nixi anzustellen und so weiter und ja, das hat sich früher auch mal Gedanken drüber gemacht worden, äh, da ist sich, da hat mal jemand sich Gedanken drüber gemacht und, ähm, diese 3-Wort-Chips gemacht, wop, wop, ähm, die DM74141N ist es hier momentan, äh, der hier und, ähm, ja, da, allgemein muss ich aber noch dazu sagen, diese Dinger, äh, die Nixis, das Interessante daran ist halt, keiner braucht mehr solche Anzeigen, weil, ähm, die laufen mit 170 Volt, deswegen braucht man auch einen extra, ähm, Step-Up, einen extra Boost-Konverter der halt 12 Volt oder 10 Volt oder so auf 170 Volt hochjagt und dann braucht man halt noch, ähm, Chips, die diese Voltzahl aushalten und so weiter und, weil es zur Zeit echt wirklich, hey, 5 Volt-Geräte sind zur Zeit, äh, schon als Legacy, ähm, ja, gemarkt zum Teil und, ähm, ja, die meiste Elektronik läuft heute auf 3,3 Volt und da ist 170 Volt extremst zu viel und auch der Stromverbrauch und so weiter und, ähm, ja, deswegen ist halt von irgendwie jedem Teil, das mit Nixis zu tun hat, die Produktion eingestellt worden die Nixis sind, glaube ich, bis in die späten 80er oder späten 90er, äh, oder frühen 90er, äh, noch gebaut worden das sind die ganzen, also die werden nicht mehr gebaut die ganzen, wo es jetzt noch gibt, sind aus, ähm, ja, in Russland sind die noch viel hergestellt worden und das sind jetzt halt alles, äh, sozusagen Old Stock, also, äh, alte Lagerware, äh, die aber noch neu sind das heißt, unbenutzt, aber halt ziemlich alt, 20 Jahre alt oder, ja, jetzt sind fast 30 ähm, und das gleiche ist mit diesen Treiberchips hier, ähm, was sollte ich eigentlich sagen, was dieser Treiberchip macht dieser Treiberchip, ähm, man kann ihn mit 4 Pins ansteuern und der steuert dann sozusagen die Zahlen dieser, ähm, dieser Nixis das heißt, man spart sich sozusagen Pins und, äh, an diese Chips zu kommen, habe ich gelesen das soll eigentlich schwierig sein, weil, äh, die werden auch nicht mehr hergestellt, weil, wie gesagt, ähm, die sind fähig bis zu, glaube ich, 200 Volt schalten zu können oder irgendwie sowas, ähm, und, ja, wer braucht zur, jetzt noch einen Chip, der 200 Volt schalten kann, ähm, weil es diese Nixis, weil es für diese Nixis eigentlich keine, äh, keine Anwendung mehr gibt, außer halt Uhren draus zu bauen und irgendwas nostalgisches oder Steampunk oder was man auch immer dazu sagen will, ähm, zu bauen, ja, gibt es halt keinen Grund mehr, diese Dinge so richtig herzustellen und, äh, die sind zum Teil recht teuer zu kaufen, einer, also wenn man, wenn man Pech hat, muss man für 11, 10 Euro zahlen, ich hab Glück gehabt und für 6 Stück 12 Euro gezahlt, weil irgendjemand sein Lager mal aufgelöst hat und, äh, gesagt hat, hey, ich brauch die nicht mehr, ähm, ja, und, warum steckt ich da nicht rein, ähm, ja, mein Plan mit denen ist halt einfach, ich will diese Nixitubes in, äh, ähm, in einer Matrix ansteuern, das heißt, äh, halt eine nach der anderen einschalten, die Zahl sozusagen übertragen und dann, äh, weitergehen und dann halt alles durch. Äh, ich hab zwar mal gelesen, dass Nixitubes Matrix-Schaltung nicht gut abkönnen, aber das soll deswegen sein, weil, natürlich, weil die bloß, ja, 50% der Zeit an sind oder so, ähm, oder je nachdem, wie man sie halt schaltet, äh, weil die halt bloß eine gewisse Zeitung an sind und dann wieder aus, haben sie halt nicht die volle Hölligkeit, wie wenn sie die ganze Zeit an wären und dann schrauben halt manche einfach die, den Strom, die Stromzufuhr höher als die Nixitubes eigentlich vertragen und deswegen gehen die Schnörder kaputt. Das heißt, solange ich, ja, mir keine Taschenlappe draus bauen will, bin ich okay, weil ich hab schon mal getestet, mit sehr wenig Strom komme ich da immer noch gut zurecht und die Zahlen werden angezeigt. Ja, und was ich halt vorhabe, ist halt einfach sozusagen, äh, jede Nixi einzeln mit einem NPN und einem PNP Transistor auf dem Plus zu schalten und das hier ist sozusagen für die Minus da, also schaltet direkt auf Minus und, ähm, ja, ich multiplex da einfach durch und, äh, ja, so ist das geplant sozusagen. So, diese Nixitubes habe ich von hier gekauft, ähm, ja, das ist so ein eBay-Händler, der ist eigentlich der einzigste in Deutschland, der, äh, richtig, äh, Nixitubes und so weiter verkauft und, äh, für die sechs Stück habe ich so viel bezahlt und, ähm, ja, je nachdem, also das ist, scheint ein ziemlich guter Preis zu sein, nachdem, wo ich anders mal hingeschaut habe und, ähm, ja, so schaue ich aus und so weiter, hat dann auch schön das Datenblatt mit dabei, äh, wo hier aber, äh, eine, die Brennspannung fehlt, ähm, und dann habe ich dann auch gesucht, wo ich die Brennspannung finde, weil, ähm, die, die Nixis, die müssen zuerst gezündet werden, weil, ähm, ja, das ist sozusagen außen, gehen wir hoch, ähm, hier außen ist dieses Gitter, das ist der Pluspol, sag ich mal, die Anode und, ähm, jede, jede Zahl ist ein Minuspol, also die Kathode, wenn ich jetzt richtig bin, äh, genau, Anode und die Kathode ist dann der Minuspol und, ähm, ja, da ist Neon drinnen und es leuchtet halt dann, wenn Strom durchfließt, aber, ja, aber es braucht 170 Volt, bis das Ding zündet und dann, ähm, wenn das Ding gezündet hat, fällt der Widerstand rapide ab und dann ist die Brennspannung eine viel niedrigere und, ähm, ja, weil ich halt die Werte wissen muss und so weiter, da habe ich überall nachgeschaut und auch wegen dem, wegen dem einen Chip, den ich gezeigt habe, die sind 7, 4, 1, 4, 1, ähm, wollte ich auch wissen, wie man den ansteuert, weil, ähm, ja, ich hatte kein Datenblatt und da bin ich auf diese Seite hier gestoßen, tubetester.com und, ähm, ja, da zeigt er hier zum Beispiel, wie man die verschiedenen, weil der hat das Problem gehabt, der hat mehrere von diesen Chips da liegen gehabt und hat dann durchtesten müssen, welcher, äh, wie reagiert und hier hat er sozusagen das Pinout und so weiter und, ja, das hat mir sozusagen geholfen, überhaupt herauszufinden, ob der Chip funktioniert und wie der funktioniert und, äh, wenn ich hier einfach zurückgehe, ähm, das hier ist ja eine Riesenseite von diesen Nixitubes und da wird halt auch angezeigt, äh, da wird halt auch dann, der hat Datenblätter ohne Ende für Nixitubes, äh, also für fast alle, die hergestellt worden sind und, äh, man sieht auch ein paar Videos und so weiter und es stellte sich heraus, dass das der gleiche ist, der, äh, hier auch in eBay das Zeug verkauft, also, ähm, ja, finde ich, finde ich recht cool, das ist halt sozusagen ein Nixi-Enthusiast und, ähm, ja, da habe ich dann auch das Datenblatt gefunden, was die Brennspannung dazu ist von der, äh, von dieser Nixi und das ist dann, ja, bei 100 Volt und, ja, sozusagen, da, da habe ich die Dinger her und das ist eine Seite typetester.com, das, ähm, den Link tue ich auch mal in die Videobeschreibung, ähm, ja, hilft einfach, wenn man sich darüber informieren will, daran interessiert ist oder sowas bauen möchte. Und hier nochmal, äh, kurz der Code, bevor ich dieses Video hier ende und dann, ähm, ja, da weitermach, ähm, ja, das hat einfach Code für 8 Mega 8, hat, äh, 8 Megahertz, äh, Ding und, ja, was der eigentlich macht ist, der hat den Timer 0 mit einem Prescaler von 1, ähm, das heißt, jedes Mal bei einem Überfluss von, ähm, von der 8-Bit Variable, äh, von der, von 8-Bit, äh, Timer, ähm, ähm, ja, führt der dieses On-Timer-Overflow aus und das ist sozusagen, ähm, 8, ähm, 8 Millionen geteilt durch 256, ähm, bei dem Timer-Overflow, zack, ich glaube, da gehe ich jetzt einfach mal ein bisschen näher hin, ähm, ähm, bei On-Timer-Overflow soll halt einfach den Count plus 1 und wenn der Count halt, ähm, 31.250 erreicht hat, was halt diese 8 Millionen geteilt durch 256 ist, ähm, dann Go-Sub-Tick und, ähm, ja, dann tuggelt er die LED, das heißt, schaltet sie an, wenn sie aus ist und aus, wenn sie an ist, ähm, setzt den Count wieder auf 0 und Go-Sub-Glock und dieses Glock macht einfach nicht mehr als, ähm, die Sekunde plus 1, wenn die Sekunde 60 ist, setzt die Sekunde auf 0, äh, dann macht die Minute plus 1, wenn die Minute 60 ist, macht die Minute 0 und macht Stunde plus 1 und Stunde 24 und, ja, und so weiter und so, so kann ich mir sozusagen, äh, das Ding machen und dann, ähm, in der eigentlichen Schleife, also das Ganze hier ist nicht Arduino, dass das Bass kommt, äh, und in der Schleife mache ich dann einfach bloß, ähm, ich speichere die Sekunden in der temporären, äh, Variable und, äh, überprüfe es halt mit den Sekunden und wenn die gleich sind, dann wartet er einfach immer, äh, 10 Millisekunden, wenn nicht, dann, ähm, ja, drückt er die Stunden aus, Minuten, Sekunden und, ähm, setzt dann die temporären Sekunden auf die aktuellen Sekunden und sobald die Sekunde sich sozusagen wieder um 1 erhöht, äh, drückt er das wieder aus und das schaut dann, na, komm ich da rein, nein, dann muss ich da hingehen und das schaut dann halt so aus, hier habe ich, äh, die Stunden, die Minuten und die Sekunden und, ähm, ja, die Uhr stimmt momentan nicht, das sagt 14.08 und es ist 14.45, ich habe die ein bisschen später eingeschaltet, als ich es programmiert habe, ähm, aber, ja, innerhalb der Zeit ist die um 10 Sekunden falsch gelaufen, deswegen muss ich noch mal schauen, was da ist, aber ich habe am Anfang keinen Entstörkondensator darauf gelegt gehabt. Ja gut, also ich hoffe, ihr habt jetzt alle mitbekommen, was ich da bauen möchte und wie ich da ein bisschen vorgehen möchte, ähm, Änderungen natürlich vorbehalten, weil, ähm, ist ja natürlich, weil ich nicht weiß, ob ich das genau mache, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Uhr nur mit einer ETC mache oder mit einem DCF oder sogar wirklich mit einem, äh, mit einem GPS oder mit einem NTC, also ein, äh, Zeitserver, äh, ich weiß das echt noch nicht ganz genau, ähm, ja, aber das ist sozusagen der Plan und, ähm, das war es mal für das Video und im nächsten Video, ähm, zeige ich dann auf jeden Fall mal, wie ich die Nixis da drauf gebaut habe, wie ich da vorgegangen bin und, ja, halt als Aufbauvideo, ähm, wie gesagt, das, so, so wie ich mich kenne, wird es dann irgendwie doch in einem Tutorial enden, in dem ich, äh, dann erkläre, was ein, ähm, wie man so einen Boost-Converter baut und blau und wie ich alles gemacht habe und so weiter, aber, ähm, ähm, nimmt es nicht zu genau, weil es ist sozusagen auch mein Weg, wie ich meine Erfahrungen damit sammle mit diesen Nixi-Tubes und, ähm, und so weiter. Ja gut, also ich hoffe, dieses Video war jetzt nicht, äh, allzu verwirrend, weil, ähm, ja, 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 so und so. Gut, also dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr bleibt mit dabei und ihr findet das auch ein bisschen ein bisschen spannend und interessant, wie man so eine Nixi-Uhr baut und, ähm, da wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zu den nächsten Videos.